ich bin gerade recht fett ausgewichen warum hast du so viel schaden alter heil dich mal bitte voll ja die kannst du ja nur bedingt einsetzen ja dann genau ja dann warten wir erstmal bis du gehalten bist alter okay bevor du gleich abnüppelst ok nichts dran die lakob ok da kommen wir nicht durch pass auf die machen schaden wenn du sie triffst also wenn sie dich treffen du hast eine waffe also kannst du ruhig ein bisschen weiter weg stehen kannst du sie doch anlocken und dann von oben oder so schießen es bringt halt nichts wenn du mit zwei waffen gezogen reinläufst da wird schon geballert geben wir den typen helfen blueprint für was habe ich jetzt nicht geguckt ich habe erstmal eingesammelt das war knapp gut vorsichtig runter sonst kann man die mich ab erstmal gucken ob hier oben noch nein komm mal hier runter hier kannst du mich auf die balle ein bisschen zurück dann wo hab ich lachst doch nicht kurz vreen sollst du mich ab auf die balle ein bisschen weg du kannst du mich ab da du kannst du mich ab da mal hier muss man bei mir du kannst du mich ab da du kannst du mich ab da du kannst du mich ab weil du musst du mich ab da so, weiter, wechseln das Pixel wieder gesehen so, hat er hier oben noch was jetzt seht ihr hier das Flakken das Flakken? ja, dann lichter ja kommst du? ja wo bist du denn lang? äh, ich wollte wieder nach oben, weil ich gedacht habe hä, wo ist denn oben irgendwas? ja, ich bin oben aber du nicht ne, ich bin, wow du bist wieder zurück hochgegangen ja, wohin sonst? hätte ja sein können, dass du runter weiter und dann oben lang da da hier ist ein Schalter mh, die habe ich schon aktiviert bist du auch, bist du auch bei dir im oberen Drittel des Bildschirms? wie im oberen Drittel des Bildschirms? na, quasi, meine Figur ist quasi nicht mittig, sondern eher im oberen Teil drück mal strange ah, das ist besser ah ja, Loot geiles Loot, Mann weiß nicht, sag du es mir ok, das ist geiles Loot ich kann nicht mal die Truhe abbauen so na, hier haben wir noch einen Schalter mh so die sehen aus wie die weißen Marsiane übrigens ein bisschen, ja ich habe dir einen voll ins Knie geschossen so, einer bist du ja mh ok, mal gucken, dass hier noch was alter nerven die Viecher mh da ist natürlich nix da oben ist ein Elien dann mal einfach drauf yeah, man wuuu das waren gerade Socken mit den Spielskills vom Freize ja ok ok hier rechts hoch war ein Schalter mit einer Tür die habe ich geöffnet mh, ich glaube das ist die Tür vom Eingang ja sah so aus phew so hm 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 alles klar ok, vorsichtig der Bogen bringt da nicht viel phew ok heute geht's ah, nice natürlich nix drin hm 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 Klopapier hat er sich schon als wie ein Gewehr rausgesnackt waaas alter was für ein Gewehr alter, geil, auf dem Linksschuss hat es einen anderen sehr nice hm probier ich mal aus wie gut das ist gut das nix ein geht's rechts heute ne, vorsichtig vorsichtig, 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 vorsichtig ja, gesehen vorsichtig, weg, 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 da der Schaden macht, äh, der Hammer macht viel Damage ok ok geil, den hab ich wie sieht's bei dir aus? der lässt sich bitten ne, der hat mir halt ein bisschen zurückgelaufen haha jup ok, nice alter hast du's grad gesehen? pass auf, das ist jetzt meine Kugel, die durch die Gegend fliegt hm ja, das war gut na, schade ich, dass ich ja nicht hier wieder zumache ich hab panzerbrechende Munition, die kommt sogar durch die Wand durch so kommen wir nochmal hier oben längs oh ja, schnell, 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 schnell hm hm nichts weiter geht's, auf geht's, drei Tage wach ok, warte, erstmal hier rüber hier ist tödlich ja genau, da ist glaube ich das Vieh drin, ne ok bereit für einen kleinen Endgegnen-Kampf? ähm ja seht ihr jetzt Grand Reaper, Sock Madness im Kampf gegen den Endgegner ich würd gern wissen, wie man da reinkommt, alter oh Gott ja, musst vorsichtig sein pfff ey, schade, hier kann man nicht mehr pennen, alter hier konnte man vorher mal pennen das ist natürlich hart na, da heile ich mich kurz ich hab volle Energie ja, ich hoffe ich auch gleich oder wegen sie so gut wie voll hm ok so Alter, du wirst durchgebeamt komm rein das ist natürlich geil so, pass auf, du gehst rein links hin links alles gleich, ich bin links schalt aktivieren und denk dran, unten auch hast du den unteren Schalter? ja geil hier, erster strahlen bam bitch ne ne ne, pass auf, jetzt nicht treffen lassen die strahlen, machen mit der damage mitgehen ja und am besten, wenn du schaffst, auf deiner Seite den Schalter aktivieren scheiße ok, ist aktiviert ok, beide ja einen habe ich bei mir nicht geschafft Alter shit pass auf, der kackt jetzt dort mit kleinen Embryoten aus scheiße bam oh, fuck it fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it fuck it hm ey, geil die Embryonen habe ich mit einem Schuss gelegt das ist natürlich nice du musst nur noch bei dir auf der Seite machen mhm ok, bei mir sind beide Schalter an scheiße, ich bin tot warte, nichts machen einfach nur überleben ja ja oh, geil du spawnst hier das eine Ding, was wir aktiviert haben war so ein Sofort-Teleporter nice nice also, nichts machen einfach nur überleben ich komme runter dann machen wir ihn gleich fertig mhm scheiße karderschüssel ich bin unterwegs scheiße bam oh, nice alter, hilf mir wo bist du? hier hinten die wollen mich ficken alles klar gut, äh, wir können hoch mhm guck mal hier okay hast du eigentlich einen Alien äh, nach unten geschubst oder bist du nach unten gefallen? ich bin nach unten gefallen alles klar da habe ich richtig gelacht das ist einfach so Iron Bar was haben wir hier? ein fettes Schwert meins ok, äh, wir können hier mal uuuuh uuuuh haha, alter zum blöd ich habe dir extra das Schwert gelassen sei dankbar ja, ich bin sehr dankbar besonders weil das so ein geil ich will auch so ein fettes Schwert alter, ist das mies mhm das Schwert ist cool das gefällt mir Space Cowboy und tschüss tschüss haut rein keulis aha, geil vielen Dank für das Schwert so, nachdem wir das haben können wir jetzt eigentlich hier gleich mal die Dingsons abgeben bei, äh, Pinguin Pete mhm ok, danke ha Pinguin Pete lässt bei mir nur ha, ne kleine Katzen alter wieso kriegst du ne Katzen wieso kriegst du ne Katzen hast du die Missione abgegeben bei ihm? äh äh ja, ich bin grad bei Pinguin Pete ja, ich bin grad bei Pinguin Pete aber bei mir sagt er ist nicht ja, was sagt er denn oben bei dem bei dem Questlog das sagt, äh, warte sketch Ares Crystals from Ares Mining Facility also hast du es nicht gekriegt hast du denn am Schluss auch bei der Maschine was, äh, eh gedrückt? ich denke ja ja offensichtlich nicht denn sonst hättest du jetzt auch die Kristalle du 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 das heißt wir dürfen die ganze Mission nochmal machen dafür brauchen wir aber erstmal neue Dingsons neue Salve ich guck mal ob man hier welche kaufen kann also ich hab noch 10 mal Salve eigentlich noch 3 mal äh, wo ist meine Maus? Achso guck mal, jetzt ist hier das zum Beispiel auch offen mhm ein Hühnerei alter, kannst du damit Roboter-Chicken kannst du damit holen? Football, eine Hundehütte alter, du kannst wie geil Gras-Samen mhm Blumen-Samen ich will ein Elektro-Flavor das ist, äh, ich frage ich was das ja, da brauchst du ein 200, äh, äh oder ein Eis-Flavor, alter mhm wie viel Pixel hab ich? 1400, man ich hab übrigens, hier steht Atrio's Eye, Unique Weapon wo? hier hab ich, äh n ganzen Satz, komm n ganzen Satz, du schaffst das die hab ich anscheinend bekommen wo hast du die wo hast du die wo hast du die wo hast du die wo hast du das scheiß Auge vom Endgegner, alter shit wir machen die Mission sowas von gleich nochmal ich will das auch das ist ja ein geiles Auge das ist einfach mal Omega Beam Auge Toll, alter ja wie evil, wie evil group show of doom jetzt kriegst du eigentlich immer so'n geilen Scheiß ja nicht nur so'n scheiß Scheiß du hast diesen geilen Taucherhelm das ist nicht dasselbe und das weißt du ich find den Zaun immer geil ich find den Zaun immer geil wie geil ist bitte das Auge wie geil ist bitte das Auge